Da sind wir wieder. Neue Folge. Ähm, ja, ich hab das schon ewig nicht mehr gespielt. Und dachte mir, wird mal wieder Zeit, dass ich hier mal weitermache langsam. Dass ich ewig nicht mehr gespielt hab. Ist Mist. Machen wir hier. Nee. Weil, ich hab keine Ahnung mehr, wie die Steuerung war und so. Also verzeiht, falls ich hier ein bisschen Blödsinn mache jetzt am Anfang. In der ersten Folge hier. Aber wir machen einfach mal hier die nächste Mission. Und ich lass das mit dem Vorspulen glaub ich doch lieber Seiden und schneide dann an entsprechenden Stellen einfach weg. Aber jetzt gucken wir erstmal den Film. Okay. Wir haben eine kodierte Taitan-Transmission. Aha. Eine Übertragung. Sie müssen es nicht nur auf der Hauptsache systems, sondern auch auf der Hauptsache geschmeckt haben. Sie müssen es nicht verletzieren. Sie werden auch nicht verletzieren. Sie wissen, dass sie sich, wenn es im Grunde genommen hat. Sie müssen es nicht verletzieren. um diese Sache zur Kultur zu bringen und um Unterstützung für die Exile zu bekommen. Die Hyperdrive ist verabschiedet. Die Bentoos sind hier. Sie sind in Strecke. Ja, machen Sie wohl unsere Verbündeten hier um die Ferders. Aber bei so vielen Zerstörern, ich glaube, da können wir nicht viel machen. Aber noch sind sie nicht zerstört. Oh Gott. Wo bin ich? Und wo ist hier? Ach so. Wie war das Bewegen? Hilfe? Ah, so. Hier sind unsere. Wir haben hier noch ein Markier holen. Angriff. Mothership. Bauen. Kriegerschiff. Wir bauen mal eins davon. Dann gucken wir, wie viele Daten brauchen. Okay. Gruppe 1. Gruppe 1. Gruppe 1. Gruppe 1. Gruppe 1. Gruppe 1. Wir müssen ja unbedingt die Schiffe zerstören. Angus-Regatte. Dann sollten wir uns auf die Zerstörer unbedingt konzentrieren. Mit unseren Zerstörern. Los, halt noch durch. Jawohl. Nächste. Nächste. Destroyer, taking heavy damage. Show no mercy. Den Schatten immer noch aggressiv. Schwerer Kreuzer. Den sollten wir als nächstes nehmen. Engage Capital Ship. Die sind zerstört. Bomben greifen die nicht an. Wenn sie als Krawetten sind und die nur gegen jeder sind. Keine Ahnung. Ion Cannon, frigate heavily damage. Nein. Wir haben versagt. Wir sind in der Starboard-Fusion-Chamber. Frigate verloren. Frigate unter attack. Alter. Ähm. Neu starten. Oh Gott, oh Gott. Das war ja echt ein bisschen heftig. Wir müssen auf jeden Fall schneller reagieren. Okay. Und am besten gleich den schweren Kreuzer kann ich nicht überspringen. Ja. Ja. Das hier auch. Gruppe 1. Hehehehe. Guck ob das funktioniert. Wenn ja, dann... Hyperdrive disengaged. Ja, das ist krass. Die Ventussi sind hier. Sie sind in Zerstörung. Oh mein leid. Den Anfang kann ich nicht überspringen. Ne, ich kann meine Maus nicht bewegen. Oh, ich kann Escape drücken. Die Ventussi muss sich protektiv. Was? 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 Ach, diese Steuerung ist manchmal ein bisschen... Gruppe 1 reporting. Engage, Kapital Ship. Na. Wenn wir leider ein paar Schiffe verlieren, schätze ich mal. Hm. I caught one. Construction underway. Earths are clear. Instruction underway. Assembly underway. Muss er forschen? Nein. Gut. Gucken wir mal. Gruppe 1 copies. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Los, greif den an. I caught one. Ich kann mit dem. Gruppe 1 reporting. Gruppe 2 copies. Ach, das ist Gruppe 2. Attacking Kapital Ship. Gruppe 1 copies. Okay. Okay. Destroyer taking heavy damage. All personnel code red. Guidance failure. We're losing control. One eye. Destroyer lost. I just want ethnic. Geh. Group 1 report. Group 1 report. Enemy contact. Group 1 reporting. Attacking Kapital Ship. All personnel code red. Show no mercy. Hit. Hit. Damage report. Frigget lost. Group 1. Alter, wie schnell muss ich denn da ... Hey. Das gibt's nicht. wie soll ich das her nämlich verarschen hier gerade ganz ehrlich das ist doch nervig jetzt ein bisschen mehr zeit könnten sein ruhig geben mit dem scheiß mann ganz ehrlich gleich so eine neffing muss hier marina der in distress da ich denn da so schnell Alter, kann doch nicht wahr sein. Ach. Was ist denn? Alter, das Wasser ist. kapital schiff noch ein bisschen übersicht ja los los ich lasse ich auch nicht ablenken diese anderen der hoffnung ja nicht mehr auf die schießen 2 reporting brechen starberg fusion chamber all personnel code red attack ordnance group one reports victory group one reports enemy contact stabilizers offline frigate lost one copy understood capital ship locked in group 2 attack vector naja ich glaube jetzt haben wir sie abgelenkt hier nicht unbedingt auf den schießen oh gott oh gott oh gott oh gott ist echt ätzend ähm die kleinen entzogen fricket lost was was los die kleinen entzogen target Klovet confirmed. Klovet complete. Attack run initiated. Show no mercy. Klovet complete. Group 1 copies. Supporting friendly units. Engaged capital ship. Ready. Destination locked in. No, no, it's not. Repairs initiated. Group 1 reporting. Let's go. Let's go. Finally. 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 No, no. That's really... Oh, now we've got it. Oh, that's right. Construction underway. Construction underway. Birds are clear. Assembly underway. So. He shot again, although he was still there. Copy. Repair order confirmed. Reporting. So. Oh man, that's a little bit. For the first time in memory, the Ventusi are in the depths of another. Oh. It has been forbidden to possess this information for some time. But after your intervention on our behalf, we feel compelled to share it with you. Behold. In the first time, a terrible war brought with it the collapse of your ancient empire. So vicious were your enemies, that all would have been slaughtered were it not for the collective outcry for mercy. In an effort to soothe relations, the conquerors spared the lives of the defeated. All survivors were sent into exile. Uh-huh. None were permitted to follow or heed to follow. All memory of them was to be erased. Predactment Yep. All Magic toutes les paves on the�. This is What is Reddit. All these צ'ceres behind us, all the blue szalades of赤箱. For generations, Imperfect Technology ... ... ... ... ... ... In time, a suitable system to receive them was found. This barren world appeared to be salvation. Their true legacy forgotten. A new vision of destiny had grown out of captivity. A single artifact survived the journey. The guide stone you now carry. It was removed from the sacred angel moon of your home world. A place long since reduced to myth and tale. ... Your progress is becoming known among the inner rim worlds. And elsewhere. Many cultures have prophesized your return. Hm. ... 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 Die Strecke ist auf der anderen Seite. Multi-Gun-Korvette complete. Mothership. Wir sehen uns nachher in der nächsten Folge. Tschüss!